Pidiza Und Pidiza ist aus dem Ohren und dem Mund Was geht's Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock Entschuldigung, hi! Spasti ist hier um die Top 4 herauszufordern Und ich hab vergessen den Termin aus Kommt ein bisschen früher Du weißt schon, dass du zuerst alle Orden sammeln musst, richtig? Natürlich! Was, sie benutzt Pfeifen? Erdnussbutter, komm her Junge! Das ist wirklich das mieseste Pfeifen, was ich eh in mein Leben gespürt hab Sie, alle Orden aus Kante Von allen Dreck Der hat die Dorni etwa alle abgeschlachtet, Alter Oh, das ist krass drauf, Alter Ich will nicht, ich will zaubern Der Dorni hat damit gebracht, oh Gott Du hast nur acht gebraucht Warum sind sie voller Blut? Keine Ahnung Erdnussbutter hat gesagt, ich soll mir die Augen zuhalten Kämpfen, bitte Oh, feiße Ich ahne Schlimmes Ich ahne sehr Böses D-D-D Warte, Kleiner Meine Geist Pokémon sind sehr angsteinflüsse Wiesadings, ich wähle dich Wiesadings? Heilige Schei- Oh, die fehlt ja immer noch Oh, ich dachte das wäre tot Wieso ist das denn das jetzt so dein Leben? Wiesse, was ist das? Wiesadings Wiesadings Isas, Außen, Ohren, Mund, Mund. Junge, was ist das für eine krasse Technik? Scheiß. Oh Mann, bin ich gut. Tja, wer ist der Nächste? Wieso du? Das war dein Mon-Pokemon. Äh, niemand. Wir haben die Regeln geändert. Und deshalb bist du jetzt ein Teil der Top 4. Herzlichen Glückwunsch. Bitte bring uns nicht um. Oh mein Gott, Kicken. Es war ja nicht er, es war sein Mon-Pokemon. Ich hab's geschafft. Okay, solange wir alle glücklich und lebendig bleiben, setzen wir unsere Konferenz fort. Ich ahne Schlimmes. Wir haben gerade über die Stadtplanung diskutiert. Cool, ja, wie kann ich dagegen kämpfen? Gegen die Stadtplanung kämpfen? Oder gegen die Stadt? Wir sind die Top 4, die höchste Abteilung der Regierung. Manchmal müssen wir uns anderen Themen widmen als Pokémon. Oh, du klingst wie mein Dad, nachdem mein Großvater gestorben ist. Langweilig. Können wir nicht was mit Pokémon machen? Naja, du hast ein ziemlich beängstigendes magisches Mörder, Bidiza. Wir sollten es vielleicht im Pokédex eintragen. Ist das legendär? Oh, verdammt hier, Plex, stimmt ja. Ich muss ja noch alle legendären fangen. Komm mit, Nussbutter. Ich lebe, um deinen Bluetooth zu stillen, Vater. Oh, können wir noch bei Macdodos halt machen? Ich esse seit über einem Jahr aus Mülleimern. Oha. Oh. Jemand sollte es ihrer Familie sagen. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Verdammt. Oh mein Gott. Das war wirklich mal krank. Ich ahne, Schlimmes in den nächsten Folgen. Sehr, sehr Schlimmes. Dieses Pokémon ist nicht mehr normal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like damit und mich jetzt dann abonnieren. Diesmal verabschiedet. Und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.